Hallo, mein Name ist Sarah Norow. Sie kennen mich wahrscheinlich als Germany's Next Topmodel und hoffentlich auch als Botschafterin von Karl-Heinz Böhm's Äthiopienhilfe Menschen für Menschen. Erinnern Sie sich? Und ich wette, dass nicht einmal ein Drittel von Ihnen Zuschauern, und das sind geschätzt 6 oder 7 Millionen, diese eine Mark einbezahlen. Wenn ich diese Wette verliere, stelle ich mich zur Verfügung, selbst nach Afrika zu fahren. Und das würde bedeuten, dass wir mindestens ein Dreivierteljahr oder gar ein Jahr kein Kind hungers sterben sehen. Zum 30-jährigen Bestehen wollen wir die legendäre Wette von damals wieder aufleben lassen und viele neue Schulen in Äthiopien bauen. Auch heute können immer noch 40 Prozent aller Kinder in Äthiopien keine Schule besuchen. Bildung ist der Schlüssel für Entwicklung. Almas und Karl-Heinz Böhm fordern deshalb Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz 2011 zu einer Wette heraus. Wir wetten, dass es die Städte nicht schaffen, jeden dritten Bürger der Stadt zu einer Spende von einem Euro oder einem Schweizer Franken für den Bau von Schulen in Äthiopien zu bewegen. Auch Ihre Stadt will mitmachen? Unterstützen Sie Ihre Stadt. Machen Sie auch mit. Helfen Sie Ihre Stadt, die Wette zu gewinnen. Werden Sie lokale Wettpate. Ich bin natürlich auch dabei und werde meine Heimustadt München unterstützen. Ich bin ja irgend an, meine Heimustadt München advocating für Dしopien. Ich bin natürlich auch mit. Ich bin ja endlich continuous Laura Ohr, die comunidad iAm Wir capita und dem 겠습니다. Untertitelung des ZDF, 2020